Willkommen auf dem Vollfix-Kanal. In diesem Video geht es um Big Trade Limits. Einfach gesagt sind dies einzelne große Käufe und Verkäufe aus Time und Sales, die aber im Chart in Form von Chappes dargestellt werden. Die Limiteinstellung finden Sie im Menü Setup, Limit, Big Trade. Für die Nasdaq Futures haben wir bereits Limits eingestellt. Getrennt für die europäische und für die amerikanische Session. Nehmen wir ein Beispiel für das Buy-Limit und betrachten wir kurz seine Einstellung. Wir wählen den Wert 40 Lots. Das heißt, wenn ein Kauf durch einen Order für 40 Lots getätigt wird, wird er auf dem Chart durch einen solchen grünen Ring markiert. Als nächstes wählen Sie die Seite des Trades, Buy oder Sell. Es ist auch möglich die Seite des Bars zu wählen. Ich kann separat filtern, zum Beispiel Käufe für 40 Kontrakte auf einem fallenden Bar und zum Beispiel Verkaufen für 40 Kontrakte auf einem steigenden Bar. Als nächstes können wir die Hintergrundfarbe der Figur und ihre Grenzen wählen. Wir können auch die Arbeitszeit für die Limits und die Einstellung der Figur selbst angeben. Es ist ein Kreis wie in meinem Fall ein Quadrat oder ein Triangel. Und die Größe der Figuren auswählen. Unten sehen Sie die Einstellung der Alerts. Klicken Sie auf Edit, wenn es sich um einen bestehenden Limit handelt. Wenn wir ein neues Limit hinzufügen möchten, klicken wir auf New. Im Wesentlichen ersetzen die Big Trade Limits Time und Sales. Wenn wir Time und Sales nur für die Suche nach großen einzelnen Trades verwenden. Wir können den Feed pausieren und einen Volumenfilter wie bei den Big Trade Limits mit dem gleichen Wert von 40 verwenden. Klicken Sie auf Aplü und überprüfen Sie, ob die Werte im Chart und in Time und Sales gleich sind. Nehmen wir diesen Bar 12.25 Uhr und schauen wir, ob die Werte übereinstimmen. Der erste Wert liegt also bei 136.043 und ein paar Cents. Das ist unser erstes Limit. Dann haben wir 646 zum Kaufen. Das zweite Limit. Das ist ein Tret. Das dritte Tret liegt bei 647. Hier waren ES Sogar's Y. Und der vierte, der Tret zum Preis von 13.645,25. Wir sehen also, dass alles das gleiche ist. Wenn Sie also Time und Sales verwenden, um nach großen Trades zu suchen, können Sie getrost Big Trade Limits verwenden, anstatt das konstante Band durchzusehen. Und wir können feststellen, dass wir oft große Trades an lokalen Extremwerten haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Buy oder einen Sell handelt. Vor dem vorletzten Bar gab es ein großes Sell-Tret. Und wir sehen, wie es danach steil nach oben ging. Wir können uns von solchen Mustern zurückhalten. Das ist alles für jetzt. Wenn Sie noch Fragen zum Big Trade Setup haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support über die Kontakte in der Beschreibung. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.